also herzlich willkommen in der zweiten folge pack to glory wie ihr seht facecam ich zurück bisschen näher mein gesicht dieses mal wie ein paar von euch es wollten das ist jetzt der zweite tag hintereinander wo ich upload also ich versuche jetzt jeden tag zu uploaden vielleicht am sonntag nehme ich mir eine pause damit ich einfach mal ein paar videos aufnehmen kann damit ich ein paar im voraus habe weil im moment mache ich halt ein video und lade am selben tag hoch also egal hier ist unser team ich habe noch kein pack gezogen ja ich werde es riskieren ich werde das nächste spiel ja wichtig ich werde es riskieren ich werde das nächste spiel einfach mal spielen und hoffen dass ich noch mal gewinnen kann und dann ziehe ich eventuell zwei packs am ende von dieser folge oder es kommt halt darauf an wie ich mich am ende von diesem spiel fühl ob ich heute noch ein pack ziehe oder erst in der nächsten folge ja also dann springen wir mal ins erste spieler da haben wir unseren ersten gegner gefunden auf 442 formation mal sehen was er für ein team hat 50 chemie 64 bewertung ja schlechtere team als bei uns eigentlich richtig cool dass sie gegen so ein scheißteam kommen wir haben ja schließlich zwei seltene goldspieler und drei normale also nicht seltene goldspieler also sollten wir den eigentlich locker wie sie zerstören sechs ein halb stunden später das spiel ist bis jetzt einfach voll uninteressant gewesen drei schüsse wir haben beide ein aufs tor ist eigentlich ausgeglichen nur also ich bin also ich hätte es ein bisschen mehr verdient würde ich jetzt mal sagen also ich komme mit diesen spieler nicht zurecht nein 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 böse 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 nein böse lauf bikini oh aiden aiden du kölzer aus in der neunzigsten minute bach aus verdient mal antonio mirko kohler oder toll aber ich weiß egal also einfach prinze weil wir das ding nicht rein aber dafür bringen wir den eckball den wir hier die einschlagen reinziehen und dieser geiler stürmer haut das ding einfach rein mit dem kopfball sieg alter so im zweiten spiel 2 zu 0 ultra knapp aber am ende doch 2 zu 0 gewonnen zwei tor in der neunzigsten ich werde nicht die packs heute öffnen ich werde sie in der nächsten folge öffnen das wird entweder am donnerstag oder am freitag sein ich bin mir nicht sicher da werde ich auch zwei packs öffnen zwei 5k packs weil das team echt nicht so gut gespielt hat eben ja also ab nächste folge versuche ich dann zwei oder vielleicht auch drei spiele in ein video reinzupacken es wird auch wahrscheinlich in karrieremodus machen ihr könnt mir aber auch einfach in kommentaren schreiben oder mir persönlich sagen ob ihr halt mehr spiele in dem spiel wollt oder nicht ja morgen versuche ich ein challenge hochzuladen und ich versuche mich gerade mit anderen youtuber also ich verhandel gerade mit anderen youtuber ob die eventuell ein wager machen wollen ja da bleibt eigentlich nichts weiteres zu sagen außer ciao